so hallo weiter geht's mit neuen sky wenn das grafisch hinhaut irgendwie ich habe ein bisschen was an den einstellungen verändert und hoffe dass es jetzt ein bisschen flüssiger läuft ich weiß nicht ob euch aufgefallen ist dass es so ein bisschen hakelt weil ich gleichzeitig aufnehmen wahrscheinlich aber schauen wir dann mal ob das funktioniert ja wir haben unser schiff zum laufen bekommen und weiß gar nicht was jetzt unser auftrag ist aber werden wir bestimmt gleich rausfinden tja ja wann kommt eigentlich bethesst das starfield raus und worum geht es da muss ich jetzt so vollkommen zufällig dran denken können wir mal googeln jetzt sind wir da ok scheint alles ein bisschen flüssiger zu laufen sehr gut man kann hier alles mögliche scannen und dafür kriegt man geld ich weiß nicht ob ich das schon erwähnt hatte was ist das hier wie schieß so wo muss ich muss chromatisches metall herstellen wo ist denn mein auto da ist mein auto gut sollte hier auch versuchen nicht zu sterben also hier kupfer reintun und hier die paar kohle die wir haben dann können wir hier vielleicht mal gucken dass wir kohle kriegen wo sind denn pflanzen ah shit ok den haben wir den haben wir ausgeschaltet sehr gut da ist eine pflanze sehr gut da ist eine pflanze sehr gut die kann man hier nur einsammeln und dann kann man weiter springen für eine ganz kurze weile so wo ist mein schiff jetzt schon wieder abgeblieben hier so so oh dann eben ins toll okay müssen wir halt was ins schiff packen hier so achso die leber und das ok von dem von dem toten tier und das zeug hier das mordit so 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 base computer deploy the base computer wollen wir das hier machen den basis computer hinstellen oder wollen wir uns vielleicht einen planeten suchen wo ein bisschen ein bisschen weniger fleischfressende tiere in der gegend rumlaufen so so können wir erstmal hier diese pflanzen einsammeln und dann fliegen wir woanders hin so okay das reicht erstmal das ist wieder so ein wurm oh oh na ja oh wow okay wie gesagt die sind neu die habe ich vor dem update nur noch nie gesehen irgendwo so also hier ist schon mal wasser das ist schon mal gut was ist das hier hier ist auch auch ein gebiet ich glaube hier wäre ein guter platz weil hier ist auch von diesem dingens in der nähe die hydrogene gedöns also im grunde genommen wasser so dann schauen wir mal stellen wir das mal hier hin das ist schön finkelbees so register the land as you own okay 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 jetzt habe ich eine basis oh Uh-huh. Okay. Vielen Dank. Es fehlen Carbonara-Moleküle. Vielen Dank. Oh, fehlt wieder einer. Vielen Dank. Okay. Haben wir ein Basis-Computer-Update bekommen? Dann müssen wir gleich mal schauen, wenn der Sturm vorbei ist. Okay. Okay. Gut. Let's see. Okay. 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 Oh, was ist das? Okay, wir müssen dann wahrscheinlich auch wieder Sauerstoff finden hier. Oh, was ist das? 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 Cool, cool. So, was ist das? Magnetisiertes? Das? Oh, was ist 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 das? Ok, wo finden wir, jetzt soll da sein Da ist auch einer Was? Uff So, wo war ich jetzt? Da, ne? Da 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 Na Da 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 Ah, hier. Da ist auch noch einer. Die sammeln wir jetzt einfach ein, bis wir genug haben. Ah. Jesus, okay. Äh, da. Gibt es wieder ein Wort für uns wahrscheinlich? Ach, je. Muss mich mal irgendwo gegenladen, aber wird mir jetzt so anstrengend. Ach, ja. So ist es auch. Zuuu. 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 So, wie viel haben wir jetzt davon? Vier. Zuuu. 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 Da ist noch einer. Der ist noch viel näher dran. Nehme den. So, hier. Oh, wie kann das denn sein? Ach so, das ist, das Technologie-Modul ist hier dran, okay. So. Kein Sauerstoff, ne? Acht Kilometer getravelt, oder was auch immer das ist, an Einheiten hier. Es wird Zeit, dass ich hier so eine Raumbasis finde, wo ich mir Zeug kaufen kann hier. Weil hier ist scheinbar kein Sauerstoff in der Nähe. Ja, witzig. Witzig, wo ist denn? Shit. So, dann wollen wir mal gucken. Buildable Technology. Batterie. So, jetzt brauchen wir noch 13 und hier 16, 16 von denen brauchen wir noch. Dann haben wir hier alles freigeschaltet. Was brauchst du denn für Fuel? Uran. Wann geht das nicht? Shit. Starship Launch Fuel. Woraus machen wir das? Aus Metalplating und Dehydrogen, ok. Cool, also das geht schon mal, sehr gut. Dann wollen wir gucken, ob wir irgendwo eine Sternenbasis finden hier, auf der wir Sauerstoff kaufen können, weil das geht ja so nicht weiter hier. Siehst du, da ist sie nämlich. Die Space-Station. Auf welchem Planeten war ich jetzt eigentlich gerade? Galaxy of Terror wahrscheinlich, ok. Ja. 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 So, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Jetzt haben wir tatsächlich irgendwie so ein bisschen einen Milestone geschafft und dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und mach diese ganzen Social-Media-Sachen, die man mit einem YouTube-Kanal machen kann und ciao.